Hi, ich bin die Saskia und dachte mir, dass das jetzt eigentlich der perfekte Zeitpunkt ist, um dieses Video zu drehen. Das ist gerade frisch nach dem Zoom-Training mit der Eva am frühen Morgen. Ja, ich glaube, ich fange einfach mal vorne an. Ich bin jetzt, glaube ich, seit, dass mich nicht lügen, seit knapp zehn Jahren bei Annika Meer. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte seitdem nicht einmal das Gefühl, dass ich keine Motivation mehr hatte oder keinen Spaß mehr am Training hatte und mir dachte, oh nee, heute habe ich irgendwie keine Lust. Und ich glaube, das lässt sich eigentlich damit begründen, dass man bei Annika Meer einfach individuell betreut wird. Also egal, welche Ziele ich mir sportlich setze oder welche, sage ich mal, Disbalancen ich im Körper irgendwie ausgleichen möchte, es wird einfach individuell mit einem trainiert. Also man kommt dorthin, sagt einfach, was man machen möchte, was man für Ziele hat, wo es vielleicht auch heute irgendwie mal zwickt. Und es wird einfach sofort auf einen eingegangen und der Trainingsplan entsprechend angepasst. Und neben dem Sport bekommt man auch noch, ja, einfach individuelle Ernährungstipps, was ich auch super, super wertvoll finde. Und ja, ich kann einfach nur sagen, dass obwohl ich einen doch sehr, sehr vollen Alltag habe und eigentlich auch immer erst sehr, sehr spät zu Hause bin, ich eigentlich trotzdem auch immer noch abends die Motivation habe, zum Sport zu fahren. Und das liegt eigentlich schlichtweg untergreifend daran, dass die Atmosphäre, die da herrscht, einen einfach so motiviert und einen mitreißt. Und selbst das, ja, anstrengendste Training einfach so schnell in einem vorbeifliegt, weil man einfach nette Unterhaltungen hat, die Trainer einfach super herzlich und motivierend sind und einem nochmal, ja, so einen kleinen Push geben. Und ja, da überlegt man eigentlich gar nicht lange, ob man noch zum Training fährt, weil man sich eigentlich doch tatsächlich wirklich auf den Sport freut. Und was ich dieses Jahr auch einfach so beeindruckend und toll fand und wo ich auch unfassbar dankbar bin, jetzt, ja, gerade in dieser komischen Corona-Zeit, dass Amika Mia in kürzester Zeit einen virtuellen Trainingsbereich aufgebaut hat und auch das Zoom-Training angeboten hat. Das heißt, es war super cool, einfach vor der Arbeit oder in der Mittagspause dann mit Eva und ihren Trainerinnen zu trainieren. Und man ist einfach, ja, mit einem gestärkt und mit einem super Gefühl in den Tag gestartet. Und was, ehrlich gesagt, mein persönliches Highlight dieses Jahr war, dass ich Amika Mia auch das erste Mal im Urlaub mit dabei hatte. Einfach morgens einen Kaffee getrunken, die Matte auf der Wiese ausgerollt, den Laptop aufgeklappt und dann mit Eva und Julia in der Sonne Sport gemacht. Das war echt so cool, weil man sich auch im Urlaub so gestärkt gefühlt hat. Und ja, Amika Mia ist einfach, kann man jetzt einfach wirklich so sagen, immer an der Seite, hat immer den richtigen Tipp parat und arbeitet wirklich gemeinsam mit dir an Zielen. Und ja, das alles halt in einer wirklich familiären, herzlichen, netten Atmosphäre. Und ja, ich glaube, da bleibt einfach nur noch zu sagen, wenn dir bisher die Motivation gefehlt hat, einfach mal ein Probetraining vereinbaren, einfach mal anrufen und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Training sehen. Tschüss!